Wie es sich wohl anfühlen würde, wenn die Inzest-Thematik ganz und gar in uns aufgearbeitet wäre. Wenn sich unsere Wahrnehmung wieder frei und in einer Unschuld, die alles sehen und fühlen dürfte, ausdehnen würde. Vielleicht würde eine Magie entstehen, wie sie Samuel in seinem 2001 veröffentlichten Kinderbuch Glitzer-Klimmer-Spotzer-Puster beschreibt. Der Feenprinz kommt von einem Ausflug zurück. Er ist ganz allein mit seinem tiefblauen Teppich ins Universum geflogen. Als sich der fliegende Teppich kurz darauf zu Hause am Rande des Weihers wieder ausbreitet und der Feenprinz sich benommen aufsetzte, um ins Morgengrauen hinaus zu starren, sah er in dem Nebelschlein über dem Wasser die Elfen tanzen. Und unter ihnen war eine, die war erfüllt von lauter Licht, und zu ihr hin, von seinem Herzen und Bauch ausgehend, bestand ein starkes, lichtes Band. Er war nicht mehr allein, er würde nie mehr allein sein. Schon zuvor hatte er ein intensives gemeinsames Glück gekannt, mit Lydia, mit der gesamten Gemeinschaft. Aber nun war ihm etwas geschehen, was dieses Glück vollkommen machte, was es überhöhte und vollendete. Wenn er hinausschaute aufs Wasser und die Lichtgestalt, die ihm so sehr verbunden war, sich im Reigen mit den Elfen verlustierte, betrachtete, konnte er nicht sagen, sah er Wirklichkeit oder sah er Täuschung. Und doch gab es nichts Realeres, was er sich hätte vorstellen könnte. Er wusste auch nicht, was er sah da draußen, was da tanzte. War er es selbst? Oder war es die Seele von Lydia? Oder war es ein Drittes, was in sein Leben und ihr Leben gekommen war? Hatte er sich selbst gefunden und würde deshalb nie mehr allein sein? Hatte er zu einer neuen Innigkeit gefunden, die alle Einsamkeit für immer aus ihr und ihm vertreiben würde? Oder war da ein Drittes? Und nun aus zwei wird drei, das große Geheimnis, der Kreis entsteht, dass einer aus den vielen, die Geburt der innersten Innigkeit, fortan würde er allein sein, ein Alleinstehender, allein wie ein Baum im Wald unter Bäumen, allein in einem Feld von Beziehungen. Kein Bezogensein würde ihn mehr befriedigen, nach dem Erleben dieses inneren Mysteriums. Und trotzdem würde er nie mehr allein sein, gerade deshalb würde er nie mehr allein sein. Denn dieses Innerste würde ihn ununterbrochen begleiten, umgeben, erfüllen. Es würde um ihn sein, es würde neben ihm sein, es würde mit ihm sein. Nie würde er sicher entscheiden können, ob er einfach mit sich oder ob ein anderes mit ihm war. Nie würde ihm klar werden, ob er gerade allein mit Lydia weilte oder ob sie zu dritt waren. Und Lydia würde genauso fühlen und alle anderen auch. Jemand war zu ihnen gekommen, eine Lichtgestalt. Sie würden sie sehen, zuweilen würden sie mit ihr reden, mit ihr lachen, mit ihr fröhlich sein. Und doch würden sie nie die ganze Gewissheit haben, ob da überhaupt jemand war. Oder ob sie nur träumten oder schlafend oder wach sein würden. Jemand würde zwischen ihnen hin- und herschweben, sich unter ihnen aufhalten und das Band zwischen ihnen bilden. War es eine Verbindung zwischen zweien? Oder war es das Dritte, dass die Zweisamkeit wieder in die Einheit verschmilzt? Waren sie allein oder war es das Andere, welches das Alleinsein zum All-Eins-Sein erhebt? Waren sie zu viel als Gruppe ums Lagerfeuer versammelt? Oder war da ein weiteres, übergreifendes, welches zwischen ihnen funkelte und sprudelte, das Gemeinschaft erst zur Gemeinsamkeit macht und aller Isolation enthebt? Keiner würde es wissen. Alle würden überzeugt sein, dass ein weiteres Mitglied zu ihrem Tross gestoßen war. Aber nirgends würden sie ein Zimmer oder ein Bett finden, das sein Zuhause bildete. Aber wenn sie unsicher werden und glauben wollen würden, dass es doch nur ein Bild für etwas Unerklärliches, ein Traum von etwas Unfassbarem war, würden sie es ganz konkret wieder vor sich sehen, mit ihm reden und mit seinen goldenen Haaren spielen können oder seine Wangen streicheln. Es war ihnen eben ein Wunder geschehen. Der Feenprinz und die Zauber für Lydia hatten das Uninzest-Tabu überwunden. Und schon bald gesellte sich eine weitere Seele auch zu Lydia dazu. Denn ein Wunder war ihnen geschehen, das wirkliche Wunder, das stärker ist als alle Zauberei. Das Wunder, von dem sie schon einmal berührt worden waren, als seine kaum fassbare Braut zum Feenprinzen gefunden hatte. Das Wunder, welches die alte Geschichte beendet. Die alten Geschichten, die unumgänglich waren, damit sich das Neue zeigen konnte. Die alten Geschichten, die alle dem Muster verfallen sind, dass aus 1, 2 entsteht. Das Wunder, dass dasjenige geschehen kann, was darüber hinausgeht, dass aus 1 nicht nur 2 und dann das viele entsteht, sondern dass aus 1, 2 und aus 2, 3 oder 4 und schließlich der Kreis, das eine hervorwächst. Auf jeden Fall saßen sie lange da, der Feenprinz, seine unfassbare Braut und Lydia mit ihrem neu dazugekommenen Ritter. Und dieses eine walte durch die Räume des Schlosses und darüber hinaus, durchzog die Herzen, war da in ihrem gemeinsamen Nicht-Dasein, in ihrer Selbstvergessenheit. Der Tee, den sie zusammen hatten trinken wollen, wurde kalt, ohne dass ihn jemand angerührt hatte. Und heimkommen, heimkommen erscholl in den Herzen, als wäre es für immer da, endlich. Und das ist 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 für immer da, endlich. Hey. Untertitelung des ZDF, 2020